Als Kind muss ich eine Heulsuse gewesen sein. Meine Mutter erzählt mir, dass meine Oma sich geweigert hat, auf mich aufzupassen. Sie sagte scheinbar, auf die Mädels passe ich auf, aber dieser hier heult und schreit die ganze Zeit. Ich bin auch heute eigentlich ein emotionaler Mensch, auch wenn ich vielleicht nicht ganz so nah am Wasser gebaut bin wie andere. Deshalb sieht man es vielleicht mir nicht unbedingt direkt an. Uns Deutschen wird überhaupt nachgesagt, dass wir Emoblocker sind. Das heißt, wir zeigen keine Gefühle und lassen sie auch nicht zu. Doch einer meiner Lieblingsverse im Johannesevangelium ist der kürzeste Vers in der Bibel. In Johannes 11,45 stehen zwei Worte. Jesus weinte. Jesus weinte. Das Johannesevangelium gehört nicht zu den synoptischen Evangelien. Das heißt, die drei anderen Evangelien haben viel Gemeinsames. Johannes hat überwiegend sein eigenes Evangelium von Jesus geschrieben. Über 80 Prozent beim Johannes kommt in den anderen Evangelien nicht vor. Johannes hat eine sehr einfache Art zu schreiben. Er benutzt nur 700 verschiedene Vokabeln. Der Grundwortschatz im Griechischen beinhaltet 2000 Vokabeln. Die Sprache ist einfach, der Inhalt ist sehr komplex. Johannes verarbeitet nämlich viel alttestamentliche Theologie. Zum Beispiel ist sein Bericht über das Wunder bei der Hochzeit zu Kana nicht zufällig aufgeschrieben. Kein anderer Evangelist berichtet darüber. Johannes schon. Im Alten Testament wird nämlich der Messias angekündigt, dass er Wein in Hülle und Fülle bringen wird. Und was macht Jesus? Er macht aus Wasser Wein. Manche Menschen hätten es lieber, dass Jesus aus Wein Wasser gemacht hätte. Aber um seine Messianität zu bestätigen, musste Jesus beweisen, dass er aus Wasser Wein machen kann. Johannes beginnt mit den Worten, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist alttestamentliche Theologie. Ich liebe das Johannes-Evangelium. Clemens von Alexandrien sagte, dass es das rechte geistliche Evangelium ist. Origenes weist dem Evangelium den ersten Platz unter den Evangelien zu. Auch Luther und Calvin sprechen im Johannes-Evangelium zu, dass es das Haupt-Evangelium sei und als Schlüssel zum Verständnis der anderen dient. Ich bin da also in einer guten Gesellschaft. Wenn man das Evangelium liest, stellt man fest, wie viele Details Johannes nennt. Das weiß man nur dann, wenn man direkt als Augenzeuge dabei war. Johannes nennt sich demütigender Weise namentlich niemals selbst. Doch beim Lesen wird deutlich, wer der Autor ist. Und noch ein Hinweis, der für das Evangelium entscheidend ist. Johannes sagt ausdrücklich, warum er das Evangelium schreibt. Wir lesen nämlich in Kapitel 20, Vers 31, diese Geschichten aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben in seinem Namen habt. Wenn du an Jesus glauben willst, musst du wissen, wer Jesus ist. Jesus ist Gott und Jesus ist Mensch. Er stirbt für unsere Sünde, damit wir leben können, wenn wir an ihn glauben. Nur der Glaube an Jesus rettet. Wer glaubt, wird gerettet werden. Das sagt Johannes immer und immer wieder. Und dieser Jesus weint. Wann und wo hat er denn geweint? Er steht vor dem Grab von Lazarus und weint. Viele Ausleger haben sich den Kopf zerbrochen, warum Jesus hier weint. Denn im nächsten Moment hat Jesus Lazarus von den Toten auf erweckt. Da muss man doch nicht noch vorher trauern und weinen. Aber ich weiß, warum Jesus geweint hat. Er hat geweint, weil er geweinen musste. Für Johannes war es unwichtig zu sagen, warum Jesus geweint hat. Er will uns nur sagen, dass er hier am Grab von Lazarus weint. Jesus ist auch nicht der Einzige in der Bibel, der geweint hat. Josef hat geweint, als seine Brüder zu ihm kamen. Petrus hat geweint, als er Jesus verraten hat und seine Blicke sich mit dem Blick Jesu kreuzten. Er weint über seinen Versagen. Paulus hat geweint. Wir lesen in Apostelgeschichte 20, dass Paulus gesagt hat, ich habe drei Jahre unter Tränen Tag und Nacht euch ermahnt. Es ist keine Schande zu weinen. Denn Tränen können etwas Heilendes, etwas Reinigendes. Ja, und manchmal hat etwas Heiligendes sein. Jesus weinte. Manchmal kommen Menschen zu mir in die Seelsorge und fangen beim Gespräch an zu weinen. Sie entschuldigen sich dann und sagen, es tut mir leid, dass ich weinen muss. Meine Antwort ist immer die gleiche. Das muss und darf dir nicht leid tun. Es ist gut, dass du darüber weinst. Gott weint auch. Er leidet mit. Wenn im Himmel alle Tränen abgewischt werden, dann wird auch im Himmel noch geweint. Aber dort werden die Tränen getrocknet und wir werden nicht mehr weinen müssen. Hier auf Erden gehen wir manchmal durch ein tiefes Tal. Und da können Christen nicht immer singen, immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Welche Sonne wandern am Schein, als Jesus im dunklen Garten Gethsemer schrie, mein Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. War Jesus da fröhlich? Und als Jesus am Kreuz von Golgatha schrie, mein Gott, mein Gott, Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er dabei nicht gelacht. Es gibt in der Bibel mehr Klagepsalme als Lobpsalme. Und es gibt ein Buch, das heißt Klagelieder. Manche Christen sagen, Christen fragen nicht warum, Christen fragen nur wozu. Aber Jesus hat auch am Kreuz geschrieben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sollten als Christen auch Zeiten des Leidens und Trauerns zulassen. Jesus weint am Grab von Lazarus. Wenn du weinst, darfst du wissen, Gott wird deine Tränen sehen und trocknen. Er versteht dich. Jesus war auch ein weinender Gott. Wie wäre es, wenn wir wieder neu den Wert der Tränen entdecken würden? Weinen über unsere Sünden. Weinen über unsere kaputten und zerstörten Familien. Weinen über die Verlorenheit unseres Landes. Weinen mit den Weinenden. Ich habe tatsächlich im Johannes-Evangelium viele Lieblingsverse. Das ist nur einer davon. Weil er mich daran erinnert, dass ich bei Jesus gut aufgehoben bin, wenn ich ihm meine Tränen zeige. Weil wir einen Gott haben, der unsere Tränen versteht. Er weiß auch, warum wir weinen, selbst wenn andere es nicht verstehen. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo man Tränen zeigen und zulassen darf, weil wir auch einen weinenden Gott haben, der unsere Tränen der Ewigkeit für Ewigkeit trocknen wird. Wohin gehst du mit deinen Tränen? Bei wem darfst du weinen? Such dir Menschen, die dich verstehen. Aber sei dir immer sicher, es gibt einen weinenden Gott, der dich immer versteht und immer mitweint.